Seit 2-3 Wochen ist der Bitcoin-Kurs sehr bullish unterwegs. Ich glaube, das ist dem wenigsten entgangen hier im Chart. Wir haben jetzt gerade die 46.000 US-Dollar-Marke geknackt, sind inzwischen über der 200-Tageslinie. Wir werden natürlich gleich hier einen Blick auch in den Chart werfen und uns angucken, welche Formation aktuell vorherrscht. Ich habe aber auch zusätzlich makroökonomische Entwicklungen, aktuelle Entwicklungen für euch mitgebracht, die nochmal zusätzliche Stärke von Bitcoin aufzeigen. Das haben gerade die wenigsten, glaube ich, auf dem Schirm. Zusätzlich zu dem, was im Chart passiert, sehen wir auch wirklich Stärke makroökonomisch. Ich habe auch natürlich Updates zu der Gesetzesänderung aus den Staaten mitgebracht, über das wir ja im letzten Video schon gesprochen haben. Es wird also auf jeden Fall sehr spannend. Falls dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Im letzten Video haben wir noch über eine mögliche Gesetzesänderung in den Staaten gesprochen. Im Rahmen des Infrastructure-Bills werden auch zum Beispiel Broker angegangen und auch Steuerreports gefordert von bestimmten Börsen. Aber aktuell ist es so formuliert, dass auch zum Beispiel Staker, die bei Proof-of-Stake-Transaktionen validieren, auch Informationen über die Inhalte der Blöcke geben müssen. Und das wäre natürlich sehr problematisch. Ich hatte im letzten Video euch zwei Versionen der Gesetzesänderung gezeigt. Schaut euch auf jeden Fall noch mal gerne dieses Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da erkläre ich noch mal, welche genauen Unterschiede da es geben würde zwischen diesen beiden Gesetzesänderungen. Die Abstimmung hätte schon Samstag stattfinden sollen. Ich habe jetzt ein Update für euch mitgebracht. Und zwar hat hier Senatorin Cynthia Lummis selber dazu Stellungen bezogen. Jetzt gibt es hier auch immer wieder Updates zu Up. Es hat noch keine Abstimmung stattgefunden. Das Ganze zögert sich noch ein bisschen hinaus, weil verschiedene Senatoren verschiedene Interessen natürlich haben. Dieses Infrastructure Bill hat ja ganz viele verschiedene Punkte. Es ist ein riesengroßes Paket und Streitpunkt Nummer 1 sind natürlich die Ausgaben, die da definiert werden und nicht genau einzelne Inhalte jetzt aktuell. Und das hat hier auch Senatorin Lummis hier beschrieben. Hat gesagt, wenn es jetzt zu einer Abstimmung kommen würde, wir haben die Interessen der Krypto-Community so gut vertreten und auch unseren Änderungsvorschlag so gut vorgestellt, dass wir wahrscheinlich jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden werden würden. Aber diese Abstimmung hält sich hier noch weiter fort, weil verschiedene wichtigere Sachen laut den Senatoren noch nicht geklärt sind und die halt das Ganze noch hinauszögern mit der Abstimmung. Und dadurch ist es halt noch zu keiner Entscheidung gekommen. Falls es aber hierzu eine Entscheidung gibt, halte ich euch natürlich am schnellsten wie immer über Twitter auf dem Laufenden. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist mein Twitter-Profil. Falls es da eine Entscheidung gibt, falls es da zu einer Abstimmung dann kommt, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ich poste das dann oder reposte das, wenn es da zu Neuigkeiten gibt. Um einmal die Stärke von Bitcoin, die aktuelle Stärke besser zu verstehen, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal auf die makroökonomischen, auf die traditionellen Märkte schauen. Denn da gibt es aktuell wirklich spannende Entwicklungen. Wir haben jetzt aktuell, vielleicht habt ihr es schon an den Nachrichten gesehen, einen Abverkauf bei Gold. Wir haben heute einen sehr starken Abverkauf sogar gesehen, 5% im Minus. Das ist jetzt natürlich für uns aus dem Kryptomarkt, hört sich das wenig an, aber für den Goldpreis ist das wirklich auch eine Meldung wert. Und da kam es sozusagen zu einem kleinen Long-Squeeze. Sehr viele überhebelte und Over-Leverage-Long-Positionen wurden da liquidiert und dadurch wurde noch ein stärkerer Abverkauf ausgelöst. Und was wir jetzt aktuell sehen, ihr seht es hier unten im Chart, ist einmal der Dollar-Kurs oder der US-Dollar-Currency-Index und oben ist der Gold-Kurs. Und was wir vor allem auch in Bezug auf Bitcoin immer wieder gesehen haben, ist, dass wenn der Gold geschwächelt hat, der Kurs von Bitcoin hochgegangen ist. Und andersrum, wenn der Dollar Stärke bewiesen hat, haben wir gesehen, dass zum Beispiel Gold oder auch Bitcoin an Boden verloren hat. Je stärker der Dollar ist, desto stärker stehen diese Anlageklassen in der Regel unter Druck. Und das sieht man hier in diesem Vergleich auch ziemlich gut. Immer wenn hier der Dollar-Kurs geschwächelt hat, ist der Goldpreis dann in den letzten Tagen und Wochen hochgegangen. Und jetzt ist der Dollar-Kurs wieder am Stärke weisen. Das liegt vor allem daran, dass aus den Staaten sehr gute oder vergleichsweise, im Vergleich zu den Erwartungen, gute Arbeitsmarktdaten erschienen sind und dadurch halt der US-Dollar an Stärke gewonnen hat. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Gold abverkauft worden ist. Und was wir jetzt im Blick behalten sollten und vor allem auch vor Augen führen sollten, ist, dass wir in dieser Zeitspanne, wo der Gold an Stärke gewonnen hat, das können wir uns jetzt hier auch anschauen, wenn wir oben den Bitcoin-Chart uns anschauen, werden wir sehen, dass wir hier aus dieser Range herausgebrochen sind. Also zusätzlich, dass Dollar an Stärke gewonnen hat, hat auch der Bitcoin-Zuwachs hier im Kurs bekommen. Das heißt, dass wir doppelt sozusagen an Kaufkraft hier gewonnen haben, weil der Dollar hier gestiegen ist und der Kurs von Bitcoin gestiegen ist. Und das ist eigentlich ziemlich unüblich, wie ich finde. Vor allem in den letzten Jahren haben wir immer wieder gesehen, diese Korrelation Stärke des Dollars, bedeutete Druck auf den Bitcoin-Kurs und andersrum halt genauso, wenn der Kurs von Dollar hier Schwäche gezeigt hat, ist der Kurs von Bitcoin in die Höhe gegangen. Und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, doppelt positiv. Nochmal eine zusätzliche Stärke, die auf den ersten Blick gar nicht so wahrzunehmen ist, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Deswegen habe ich es heute mal mitgebracht. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder die Narrative, Bitcoin ist digitales Gold. Und jetzt aktuell muss man ganz klar sagen, Gold tut gar nicht mehr das, was es mal tun sollte. Wir können uns das mal jetzt hier in diesem Chart hier uns mal anschauen, in dieser Tabelle uns mal anschauen und schöne Gerüße gehen da raus an Peter Schiff. Wenn man sich einfach mal anschaut, dass in den letzten 10 Jahren der Gold-Kurs ja nicht mal stagniert ist, sondern minus 3% Performance hingelegt hat und jetzt in einem Jahr minus 17%, dann sollte man sich auf jeden Fall mal die Frage stellen, in was möchte man langfristig investieren. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch noch hier an meinen Lieblings-Tweet erinnern, den ich ja auch hier auf Twitter schon seit dem 14. April angehebt habe. Wer Gold gegenüber Bitcoin vorzieht, nutzt auch seine Zeigefinger, um sein Smartphone zu bedienen. Und ich glaube auch jetzt langsam die Zahlen sprechen für sich. Und ob das jetzt so langfristig bleibt, müssen wir natürlich abwarten. Gibt natürlich wie immer keine Garantien. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar festhalten, auf die letzten 10 Jahre gesehen hat das Halten von Gold absolut nichts gebracht. Man hat sogar 3% verloren. Und obwohl hier der Dollarkurs jetzt gestiegen ist und dementsprechend auch verständlicherweise der Goldkurs runtergegangen ist, müssen wir ganz klar festhalten, aktuell ist Bitcoin wirklich sehr stark und das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und aktuell sehen wir eine ziemlich ähnliche Entwicklung zu dem, was wir 2020 im Rahmen des Corona-Crashs gesehen haben. In diesem Chart seht ihr hier in orange einmal den Bitcoin-Preis dargestellt. In der Mitte sind die Funding-Rates, also die Gebühren, die Longs oder Shorts der jeweiligen anderen Seite bezahlen müssten. Negative Funding-Rates bedeutet, auf dem Markt gibt es gerade mehr Short-Positionen als Long-Positionen. Und aus diesem Grund müssen Short-Positionen die Long-Positionen bezahlen. Und bei positiven Funding-Rates genau andersrum. Das heißt, der Markt an sich ist sehr bullish. Mehr Long-Positionen sind geöffnet und dadurch müssen die Gebühren von den Long-Positionen an die Short-Positionen bezahlt werden. Und hier unten sehen wir auch nochmal das Open-Interest, also das RSI von den offenen Positionen. Und was wir 2020 gesehen haben, während des Corona-Crashs, der Preis ist auf fast 3.000 US-Dollar runtergekracht. Die ganzen offenen Positionen wurden zwangsweise liquidiert und damit geschlossen. Ihr seht es hier von diesem Hoch, das RSI komplett nochmal runtergegangen. Die Werte vom RSI des Open-Interests und wir hatten eine sehr langsame Erholung der Future-Märkte anhand der Funding-Rates hier zu sehen. Wir waren sehr negativ während des Crashs und haben uns sehr langsam erholt. Und jetzt aktuell mit der Korrektur, die wir seit dem Allzeithoch jetzt gesehen haben, sehen wir genau eine ähnliche Entwicklung. Abverkauf hat dafür gesorgt, dass sehr viele Positionen geschlossen wurden, zwangsgeschlossen wurden, liquidiert wurden, Open-Interest ist runtergegangen und wir haben genauso über diese Konsolidierungsphase eine sehr langsame Erholung gesehen, was für einen gesunden Markt spricht. Auch dort sind wir jetzt hier mit den Funding-Rates bei einem moderaten Level. Ein bisschen im positiven Bereich jetzt. Die Stimmung kippt jetzt natürlich auch auf den Future-Märkten. Es werden jetzt wieder in vermehrten Long-Positionen aufgemacht. Aber das, was wir jetzt hier aktuell sehen, ist eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was wir 2020 gesehen haben. Eine massive Liquidation auf den Märkten, eine langsame Erholung und danach ging es bergauf. Vielleicht sehen wir das Ganze wieder. Wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen anguckt, der letzten vier Stunden werden wir hier sehen, 53% der Positionen sind Long eingestellt und 47% sind Short eingestellt auf den gesamten Börsen hier. Und das zeigt auch einmal das wieder, was wir in den Daten vorher gesehen haben. Die Funding-Rates sind moderat im positiven Level, also jetzt nichts überhitztes, dass man sagen würde, es kommt jetzt irgendwie ein Long-Squeeze oder die Gefahr für einen Long-Squeeze ist groß. Aber je höher wir peu à peu steigen, desto höher werden auch die Long-Positionen sein und dementsprechend auch die Gefahr für einen Long-Squeeze und damit auch für eine Korrektur. Da muss man natürlich sehr aufpassen. Wir sehen hier natürlich auch verschiedene Werte von verschiedenen Börsen, wie zum Beispiel hier auf BitMEX sehr große Positionen im Vergleich zum Durchschnitt 55%. Und je nachdem, auf welcher Börse man unterwegs ist, FTX hier zum Beispiel fast 56%, also noch positiver eingestellt. Da müssen wir natürlich abwarten, wie sich das in den nächsten Stunden und Tagen entwickelt. Kommen wir jetzt noch zum Update des Bitcoin-Charts. Wie gesagt, wir waren zwischenzeitlich hier auf 46.000 US-Dollar. Eingangs schon auch erwähnt, 200er Tageslinie überboten. Der liegt aktuell bei 45.000 US-Dollar, also Tagesabschluss in der Tageskerze. Hier drüber wäre sehr positiv. Und ich habe euch ja im letzten Video auch meine Gedanken nochmal gezeigt gehabt, was ich im vorletzten Video euch gezeigt habe mit dieser Bewegung. Genau das haben wir ja auch gesehen. Jetzt aktuell sind wir sogar über der roten Box. Und was ziemlich positiv ist, das kann ich euch jetzt zeigen, ist, dass wir diese rote Box überboten haben im 4-Stunden-Chart. Und genauso wie wir hier diese Bewegung gesehen haben, habt ihr gerade ja in der orangenen Linie gesehen, dass wir den Breakout-Retest wieder Breakout gemacht haben, sehen wir jetzt aktuell wieder. Also diese Widerstandszone, die ich sehr lange drin habe, das sage ich euch ja immer wieder, die wird wirklich respektiert. Wir hatten hier den Breakout auf 45.3, haben das Ganze hier rein getestet und jetzt hier nochmal ein höheres Hoch, also nochmal zusätzlich Stärke bewiesen. Und wenn wir hier ein bisschen reinzoomen, dann werden wir sehen, dass wir jetzt hier so einen Abwärts-Trendkanal hier nochmal gebildet haben mit einigen Berührungspunkten hier oben und einigen hier unten. Da wird es interessant sein, ob wir jetzt hier nochmal hochlaufen. Da wären 48.000 US-Dollar drin. Was ich aber auch noch ziemlich interessant finde, wenn wir mal hier in den Daily-Chart reingehen, ist, dass wir hier das FIP-Extension-Level uns auch nochmal anschauen können. Ich zoome dafür mal ein bisschen raus. Ich nehme mal einen anderen Chart, der komplett leer ist und dann werden wir hier sehen, wie wir diese Welle uns einzeichnen können mit dem FIP-Extension-Level. Zu diesem Hoch hier und der Korrektur hier runter auf 37.300 US-Dollar, da werden wir sehen, dass wir jetzt aktuell an der 61,8%-Linie auch hängen. Darüber ein Abschluss, wie gesagt, wäre auch zusätzlich die Bestätigung mit dem Zonata-Tages-Level und das 1-to-1, also das 1-to-1 FIP-Extension-Level würde auch noch zusätzlich dann bei 50.800 US-Dollar liegen und was ich da ziemlich interessant finde, ist das Volume Profile, wenn wir uns da anschauen, wäre genau so der Bereich, wo es dann hier nochmal so einen Abfall gibt. Das sieht man hier auf Bybit nicht so gut, wenn man hier so ein bisschen reingeht, dann wird man das hier ein bisschen besser sehen, 50.800 US-Dollar und danach kommt hier dieser Abfall wirklich. Da könnte hier auf jeden Fall nochmal ein Widerstand sein und bis dahin könnte auch das Potenzial deswegen auch liegen bei der nächsten Welle jetzt hier nach oben, bei 50.800 US-Dollar. Aber das müssen wir natürlich jetzt hier weiter beobachten. Das Volumen sieht eigentlich nicht schlecht aus, habe ich ja auch die letzten Tage mal ein bisschen beobachtet, was mich aber auf jeden Fall wie gesagt am Bullischsten aktuell stimmt, ist, dass wir mit anhand der fundamental und makroökonomischen Daten diese eine Entwicklung haben und zusätzlich hier diesen Trendkanal hier gebildet haben und vor allem hier diese rote Box nochmal getestet haben. Wenn ihr mich schon länger schaut, ihr wisst ganz genau, ich trade nicht so gerne die ersten Breakouts, sondern warte tatsächlich immer gerne auf die Retests. Wenn ihr meine Videos schaut, dann werdet ihr das sicher auch schon öfter jetzt mitbekommen haben und jetzt aktuell funktioniert das meiner Meinung nach zusätzlich noch besser als sonst. Also es lief schon eigentlich immer sehr gut, Retests zu traden. Jetzt aktuell funktioniert es noch besser als sonst. Also da kann ich auf jeden Fall euch raten, das auf jeden Fall auf dem Schirm immer zu haben, die Retests. Also das sehen wir hier auch im 4-Stunden-Chart immer wieder sehr schön, dass wir die Wicks hier rein haben, aber nicht drin abschließen und dann ein höheres hochbilden. Das zeigt auf jeden Fall von Stärke. Nichtsdestotrotz muss man aber immer noch auch noch festhalten, dass wir hier eine sehr schöne Bewegung drin haben und aus diesem Grund auch eine kurzweilige Korrektur auch nicht unwahrscheinlich ist. Wir werden jetzt hier nicht in diesem Trendkanal die ganze Zeit drin bleiben. Eine Trendbeschleunigung ist meiner Meinung nach aktuell immer noch wahrscheinlicher, aber auch ein Retest hier nochmal in die rote Zone 42.000 US-Dollar wäre natürlich auch nochmal drin. Aus diesem Grund nicht nur den Blick nach oben halten und auch den Blick nach unten wahren, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dich ein bisschen weiterbringen. Falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben, da das hilft mir wirklich sehr. Schau auch gerne in die Links in der Videobeschreibung rein, unter anderem hier zum Beispiel die Trading-Plattform FTX oder Nuri als voll regulierte Börse und vor allem auch hier zu empfehlen unsere Telegram- und Community-Kanäle. Alles umsonst, dort tauschen wir uns noch besser aus. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.